Das war GigaExtra und jetzt kommt zum weiteren Video über Call of Duty Black Ops 3. Wir haben heute wieder jetzt mal um die Waffen in Call of Duty Black Ops 3 und zwar gibt es jetzt schon in der Gamescom-Version, also das wird auch wahrscheinlich die Beta-Version, würde ich mal vermuten, weil es liegt ja relativ nah beieinander. Also ich glaube nicht, dass die jetzt in dem kurzen Zeitraum noch irgendwas ändern daran. Also ich schätze mal, dass das die Beta-Version sein wird. Ja, in der Gamescom-Version auf jeden Fall hat man jetzt schon die Waffen erkennen können, also zumindest den Großteil der Waffen, ich würde mal so schätzen, so 80 bis 90 Prozent. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber den Großteil der Waffen auf jeden Fall kennt man jetzt schon. Ja, da wollte ich euch halt einfach mal die Waffenliste vorlesen, beziehungsweise euch im Menü zeigen, welche Waffen es da so gibt. Ich sage auch vorweg, dass das Gameplay nicht von mir stammt, sondern vom Hamburger Hänger-Kanal. Ich verlinke die auch in der Beschreibung, wenn ihr da mal das nochmal alles durchlesen wollt oder so, dass da so durchgegangen wird, dann könnt ihr es da euch nochmal anschauen. Auf jeden Fall, ja, dann fangen wir jetzt mit den Assault-Rifles an. Da haben wir als erstes die ARK-7, da kann ich mich noch daran erinnern, das hatte ich auch mal in dem Waffenvideo gemacht zum Trailer, also in der Version von damals. Das ist diese Waffe, die der ARK relativ ähnlich aussieht, also ein bisschen wie so eine ARK-Fortsetzung aussieht. Sieht ein bisschen aus wie eine ARK-12, finde ich. Und würde auch vom Namen her hinkommen. Dann haben wir die Manowar, die habe ich auch schon mal im Trailer früher gezeigt. Die HVK-30, die kannten wir auch schon. Die XR-2, das war so eine Burst-Waffe, die kannten wir auch schon. Die Shiva. Und dann jetzt noch die M8A-7, die ist jetzt komplett neu, die haben wir im Trailer noch gar nicht gesehen. Und das ist eine... Die spielt sich quasi ähnlich wie die M8A-1 aus Black Ops 1... Äh, aus Black Ops 2, sorry. Also die M8A-1 wird auf jeden Fall auch so ähnlich wie der Zurückkehr, was ich auf jeden Fall auch ganz gut finde, weil, ja, es war in Black Ops 2 eigentlich eine ziemlich gute Waffe. So, dann kommen wir zu den Sub-Maschinen-Guns. Da haben wir erstmal die Cuda, die sieht der UMP ziemlich ähnlich, würde ich mal sagen. Also das fühlt sich wahrscheinlich ähnlich an wie die UMP. Dann haben wir die Razorback, das ist auch eine neue Waffe, die wir jetzt noch nicht kannten. Die Vespa, die sieht so ein bisschen aus wie eine MT-X. Die VMP, die ist auch ein bisschen geformt wie die UMP, also kann sein, dass sie beide vom selben Hersteller sind oder irgendwie miteinander ein bisschen was zu tun haben. Und die Weevil, die kennen wir, glaube ich, auch noch nicht. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz neue Waffe. Ähm, ja, also das sind alle SMGs, also zumindest bisher. Ihr habt auch gesehen, jetzt schon bei den Asteroid Rifles und bei den SMGs ist ein Platz noch frei. Also eine Waffe noch nicht freigeschaltet. Da wird dann wahrscheinlich bei der endgültigen Version diese Waffe dann auch hinzukommen. Dann kommen wir zu den Shotguns. Da haben wir erst zwei Shotguns freigeschaltet. Und zwar einmal die KRM, die hatten wir auch schon im Trailer gesehen. Das ist quasi so ähnlich wie die Remington spielt, die sich. Das hat man im Trailer erkennen können. Und die Haymaker 12, ähm, da weiß ich jetzt nicht, was das für eine Shotgun ist, aber die sieht etwas, finde ich, aus wie eine vollautomatische Shotgun, weil, ich weiß nicht, ist es schwer zu erkennen, aber ich finde, das Magazin sieht so ein bisschen aus wie von einer vollautomatischen Shotgun, aber das kann ich nicht sagen. Und bei den Shotguns gibt es auch nur zwei von vier freigeschaltet. Also da gibt es auch noch zwei Shotguns, die wir noch nicht kennen. So, dann kommen wir zu den LMGs. Da haben wir einmal die BRM und danach noch die Dingo. Und das sind wieder zwei von vier freigeschaltet. Also da werden auch wahrscheinlich noch zwei LMGs dazukommen. Und zu den LMGs kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel sagen. So, dann kommen wir als nächstes zu den Snipern. Da haben wir als erstes die Locus. Und da sieht man auch schon in der Beschreibung, dass es eine Bolt-Action-Sniper ist. Also eine, ja, mit so einem Kammerverschluss, wie das auch mit der DSR, MSR und so weiter immer war. Und, ähm, die macht einen One-Shot-Kill, ähm, überhalb der Rippen, also in den Oberkörper quasi, ganz normal. Also wird wahrscheinlich wieder so eine klassische Sniper sein. Ähm, dann haben wir noch die Dracoon und die P-06. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube es war die P-06, aber eine von diesen Snipern war auf jeden Fall so eine Dreischuss-Sniper. Ähm, also dass ihr da quasi drei Schüsse hintereinander schießen könnt. Und, ähm, ja, bin ich auch mal gespannt, wie die dann so sein wird. Weil wir hatten, glaube ich, bisher entweder Sniper mit, ähm, die gar nicht, also die, die man gar nicht so sprayen konnte. Oder wenn man die sprayen konnte, dann war das immer so 10- oder 20-Schuss-Sniper, glaube ich. Ähm, ja, auf jeden Fall auch mal was, etwas anderes in Call of Duty bin ich auch mal gespannt. Hoffentlich ist die jetzt nicht zu stark, weil wenn die drei Schüsse und viel Damage hintereinander schießen kann, ist das auf jeden Fall schon ziemlich stark. Aber, ähm, ja, das werden wir auf jeden Fall mal sehen. Und bei den Snipern gibt es auch wieder eine Sniper, die wir noch nicht kennen. Also, die dann wahrscheinlich im fertigen Bild noch hinzukommen wird. So, das waren jetzt alle Waffen in der bisherigen Version. Wie gesagt, ich schätze mal, dass es so 80-90% sind. Ähm, es kann natürlich sein, dass jetzt noch Waffen hinzukommen. Also, es wird auch wahrscheinlich so sein. Wir haben ja dann seht ja, dass noch Slots frei sind. Aber, ähm, ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, schon mal ein ziemlich guter Überblick von den Waffen, die wir so haben werden. Und, ja, ihr könnt mir auch mal eure Meinung schreiben, was ihr von den Waffen so haltet. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr mal einen Daumen nach oben freuen. Und das war es für heute. Haut rein, Leute.